Mein Name ist Helge Sommerwerk von der Handwerksbäckerei Sommerwerk. Wir sind in vierter Generation tätig. Was macht ein richtig gutes Brot aus? Das gehört ein guter Sauerteig rein, frische Rohstoffe, möglichst keine Zusatzstoffe, keine Konservierungsstoffe, keine chemischen Helferlein, sondern wirklich nur Mehl, Wasser, Sauerteig, Salz und eventuell etwas Hefe. Die Rohstoffe, mit denen wir backen, beziehen wir nach Möglichkeit aus der Region, zum Beispiel aus der Zettenberger Mühle. Die Äpfel kommen vom Obstdorf Müller oder aus Gatterstedt. Die Eier kommen aus dem Geiseltal. Der Honig kommt vom Imker aus dem Geiseltal, wenn möglich dann regional. Ein gutes Brot erkennt man an der Kruste. Es darf nicht zu weich sein. Weiterhin sollte das Brot nicht ballen, sollte eine elastische Ruhme haben und ja lecker aromatisch riechen, nicht sauer, dann ist es zu säuerlich, nicht fad, sondern eben wie frischgebacktes Brot riechen sollte.